Wow. Bleib bloß nicht stehen. Ja, 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 ja. So. Star Express. Ich will das Thumbnail gar nicht sehen. So. Gucken wir mal. Brand new for me. Hier gibt es was zum Rätseln. Alles klar. Gucken wir uns erst mal um. Was haben wir denn hier? Dächer. Hier oben lang. Okay. Eine Huschebahn. Das ist doch mal nice. So, da komme ich aber nicht weiter. So. Abchecken, abchecken, abchecken. Dann gehen wir mal an die Röhre. Ja, so. Ein Traum von Galumbas. Nummer uno. Muy bien. Das könnte so funktionieren. Danke für den Pilz. Müssen die jetzt... Ah, gut. Die müssen alles wegbomben, oder was? Ich denke mal, sie müssen mir auf jeden Fall einen Weg freibomben. Das ist mal schön. Kein Stress. Keine P-Switches. Noch nicht. Noch nicht. Na? Na? Super Mario Maker. So. Komme ich hier irgendwie hoch? Das muss ich mal schauen. Komme ich irgendwie hoch? Nee, anscheinend nicht. Wandsprung gibt es ja hier nicht. Okay. Ach so. Ich muss mir... Ich muss dann warten, bis... Damit eine Bombe hier runterkommt, damit ich mir den Weg freimachen kann, oder was? Ja, genau. Genau. Oh. Oh. Retro immer cool. So. So, macht mal hier. Sehr schön. Komm her, mein Böhmchen. Pilze sind sowieso willkommen. Ich müsste doch gleich eine Bombe hier... Äh... Sollte hier nicht eine Bombe jetzt? Ah, sag ich doch. Besser als gar nichts. So. Da, da. Aber coole Idee. Coole Idee. Gefällt mir. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Falsche Richtung. Oh, ich bin ein Depp. Gut, dann machen wir das Ganze noch einmal. Zumindest weiß ich jetzt Bescheid. Ba, 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 ba. So. Ba. Schön. Ba, ba, ba. Ja, hier geht es rein theoretisch nur um die Bombe. Zip. Zip. So. So, jetzt müsste es rein theoretisch... Ja. Das ging jetzt doch viel schneller als eben. Reicht das? Reicht. So. Weiter geht's. Kommst du? Schönes Loch. Autsch. So. Das muss ich wohl hier so hinpacken. Nein. Aha, okay. Verstehe. Ich muss das irgendwie... vernünftig timen. So vielleicht. Ah. Schönes Ding. Ich glaube, das habe ich mir jetzt selbst versaut. So. Sehr gut. Jetzt haben wir hier bloß ein paar hundert Bomben. Numero 3. Sehr schön. Was kriegen wir denn hier schon? Was müssen wir jetzt hier schon das machen? Galumba-Power. Galumba-Power. Okay. Okay. Was brauchen wir denn eigentlich? Wir brauchen eine P-Switch. P-Switch brauchen wir. Genau. P-Switch. Versaue ich mir das jetzt hier? Oder... Ich glaube, ich versaue mir das hier. Ah, da, da. Alles mache ich kaputt. Alles habe ich kaputt gemacht. Dann werden wir nochmal resetten. So. Ich denke, das ist... Nicht möglich mit dem Resetten. Scheibe. Ähm. Wie mache ich das jetzt? Okay. Das war irgendwie... Ich glaube, ich glaube, ich habe mir das irgendwie kaputt gemacht. So. Oder vielleicht... Wollen wir mal... Schauen wir mal. Nee. Aber... Ich könnte vielleicht... Aber vielleicht könnte ich da raufspringen. Nee. Leider nicht. Leider nicht. Ich glaube, das habe ich versimmelt. Also noch einmal. Echt, ja? Hammer, oder? Geil. Machen wir einen Neustart. Komm. Schön zu wissen. Das macht mich einzigartig. Hahahaha. So. Dann. Das machen wir nochmal Bomben-Action. Danke übrigens für die Pilze. Das hilft mir schon sehr. So. Nanu. Komm schon. So schön. Ah. Macht mal schön kaputt. Ja. Sehr gut. Kriegen wir den darum auch noch weg. Gut. Dann müsste ich ja... Rein theoretisch... Gibt Gas, Mario! Sonst kriegst du ein Problem. So. Bomben! Heieieiei. Danke für den Tipp. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So, dann gib du mir mal das hier. Zack. Jetzt können wir wieder alles kaputt machen hier. Fuck you. Damit. Ein Bomben-Spaß für die ganze... Da lag doch... Warte mal. Mal. Weil ich das jetzt wieder kaputt mache. Nehme ich einfach... Was können wir denn... Genau! Oh ja. Boah, geile Idee! Warum mache ich es nicht so? Dann kann ich den Stachelhemper halten! Grab! So! Ach ja! Ich glaube, ich habe jetzt wieder etwas kaputt gemacht! War da unten ein Item drin, was ich brauche? Ich hoffe doch nicht! Na? Ah ja! Komm schon! Ja? Ich bin nur kreativ! So! En garde! Lieber Settel, was sagst du zu diesem Lösungsweg? Okay! Ah, da gibt es natürlich auch keinen Spin-Jump! Egal! Ba, 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 ba... Jetzt kommt noch etwas Fieses, oder? Ich trau dir nämlich nicht Wenn irgendwas renne ich gleich rein Ein Thromp Ei 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 Und geschafft Wow Cooler Level Cooler Level Ja nun ein gewisses Misstrauen So Kriegst noch ein Sternchen So was haben wir denn noch Schönes Was wolltest du haben Wie war das jetzt Joshes Abenteuer Und 20 Münzen soll ich finden Okay So ist das schon mal Bis zum nächsten Mal.